Auf jeden Fall ganz interessant. Ja, vor allen Dingen jetzt sind beide wieder in der Premier League. Pep das erste Mal, aber zufälligerweise in der gleichen Stadt. Das bringt schon eine gewisse Brisanz mit sich. Die werden sich öfters mal vielleicht über den Weg laufen, im Restaurant hier oder da und dann wird es interessant, ja.